Das Leben und das traurige Ende von Hannelore Elsner Hannelore Elsner war eine der bekanntesten und talentiertesten Schauspielerinnen in der deutschen Filmgeschichte. Ihr Leben war voller komplexer Emotionen und Herausforderungen, weshalb es als tragische Geschichte bekannt ist. Von den Höhen und Tiefen ihres Karrierebeginns bis hin zu ihren herausragenden Leistungen auf der Bühne und der Leinwand sowie den schwierigen Herausforderungen in ihrem persönlichen Leben bleibt Hannelore Elsners Leben eine inspirierende und bewegende Geschichte. Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte einer der talentiertesten Schauspielerinnen Deutschlands entdecken. Hannelore Elsner wurde am 26. Juli 1942 in Burghausen, einer Stadt in Bayern, geboren. Ihr Vater war ein erfolgreicher Schauspieler und Theaterregisseur, der sie frühzeitig mit der Welt der Schauspielerei vertraut machte. Als Kind hatte Hannelore oft die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und bei Theaterproben zuzusehen. Diese Erfahrungen weckten in ihr das Interesse an der Schauspielerei und trugen sicherlich dazu bei, ihre spätere Karriere zu beeinflussen. In ihrer Jugend hatte Hannelore Elsner eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, die sie oft kritisierte und wenig Unterstützung zeigte. Trotzdem entwickelte sie eine starke Persönlichkeit und eine unabhängige Denkweise. Als Teenager war sie Mitglied einer Theatergruppe und begann auch erste Schauspielversuche am Theater. Nach dem Abitur zog Hannelore Elsner nach München, um Schauspiel an der Otto-Falkenberg-Schule zu studieren. Dort wurde sie von ihrem späteren Ehemann, Gerd Wespermann, entdeckt, der ihr erste Rollen in Fernsehproduktionen verschaffte. So begann ihre Karriere als Schauspielerin und sie erlangte in den 60er Jahren erste Bekanntheit durch ihre Rollen in Fernsehserien und Filmen. Ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei brachten ihr bald weitere Auftritte auf der Bühne und im Fernseher ein. Sie erlangte in Deutschland schnell Berühmtheit und wurde als eine der talentiertesten Schauspielerinnen ihrer Generation angesehen. Ihre Vielseitigkeit und ihr Charisma ließen sie schnell zu einem Publikumsliebling werden. Besonders bemerkenswert war ihre Rolle in dem Film Die Unberührbare aus dem Jahr 2000, in dem sie eine alternde Schauspielerin spielte, die versucht ihr Leben und ihre Karriere wieder in den Griff zu bekommen. Diese Rolle brachte ihr internationalen Ruhm und Anerkennung ein und sie erhielt mehrere Preise, darunter den Silbernen Bären der Berlinale. In den folgenden Jahren setzte Hannelore Elzner ihre erfolgreiche Karriere fort und spielte in einer Reihe von Filmen und Fernsehserien mit. Sie war auch als Sprecherin in Hörspielen und Dokumentationen tätig und engagierte sich in der deutschen Filmbranche. Ihre Leistungen als Schauspielerin und ihre Bedeutung für die deutsche Filmgeschichte wurden immer wieder gewürdigt. Im Jahr 2019 spielte Hannelore Elzner in ihrem letzten Film Kirschblüten und Dämonen mit. Sie hatte auch weitere Projekte geplant. Jedoch verstarb sie leider am 21. April 2019 im Alter von 76 Jahren plötzlich. Ihr Tod löste eine Welle der Trauer aus und führte dazu, dass ihr Lebenswerk und ihr Einfluss auf die deutsche Filmindustrie erneut gewürdigt wurden. Hannelore Elzners persönliches Leben war geprägt von Höhen und Tiefen. Im Jahr 1964 heiratete sie den Schauspieler und Regisseur Gerhard Vespermann, mit dem sie eine Tochter bekam. Die Ehe wurde jedoch 1971 geschieden. In den 80er Jahren war Hannelore Elzner in einer Beziehung mit dem Fotografen Horst Wendland. Die beiden waren viele Jahre lang ein Paar und Wendland begleitete sie auch oft zu Filmsets und Veranstaltungen. Im Jahr 2000 starb Wendland jedoch überraschend und Hannelore Elzner war zutiefst betrübt über den Verlust. Im Jahr 1994 heiratete Hannelore Elzner ihren langjährigen Lebensgefährten und Manager Uwe Carstensen. Die beiden waren viele Jahre glücklich verheiratet und lebten in München zusammen. Sie hatte außerdem eine enge Beziehung zu ihrer Tochter Dominique und ihrer Enkelin. Hannelore Elzner erlebte in ihrem Leben auch mehrere tragische Ereignisse, die sie stark belasteten. Eines der schlimmsten Ereignisse war der Tod ihres Vaters im Jahr 1963. Sie war zu dieser Zeit gerade 19 Jahre alt und hatte eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater. Sein plötzlicher Tod hatte einen tiefen Einfluss auf sie und sie beschrieb ihn später als eine der prägendsten Erfahrungen in ihrem Leben. Ein weiteres tragisches Ereignis war der Tod ihres langjährigen Lebensgefährten und Fotografen Horst Wendland im Jahr 2000. Sie waren viele Jahre lang ein Paar und Wendland begleitete sie auch oft zu Filmsets und Veranstaltungen. Sein plötzlicher Tod traf sie sehr schwer und sie sprach oft darüber, wie sehr sie ihn vermisste. Darüber hinaus kämpfte Hannelore Elzner lange Zeit mit Depressionen und Alkoholismus. Sie sprach öffentlich über ihre Probleme und begann 2009 eine Therapie, um ihre Alkoholabhängigkeit zu bekämpfen. Dies war ein weiteres sehr schwieriges Ereignis in ihrem Leben, aber sie setzte sich durch und blieb auch nach ihrer Genesung eine erfolgreiche Schauspielerin. In ihren späteren Jahren war Hannelore Elzner weiterhin aktiv in der Filmbranche und spielte in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit. Sie war auch als Sprecherin in Hörspielen und Dokumentationen tätig und engagierte sich für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Ihr letzter Film, Kirschblüten und Dämonen, in dem sie die Hauptrolle spielte, wurde nach ihrem Tod veröffentlicht und erhielt viel Lob von Kritikern und Publikum. Der Film, der von der Trauer und dem Verlust handelt, wurde als eine bewegende Hommage an die Schauspielerin und ihre Arbeit gefeiert. Hannelore Elzner verstarb am 21. April 2019 im Alter von 76 Jahren in München an den Folgen einer Krebserkrankung. Ihr Tod kam überraschend und schockierte viele Menschen in Deutschland und darüber hinaus, insbesondere ihre Fans und Kollegen in der Filmindustrie. Nach ihrem Tod wurden zahlreiche Tribute und Nachrufe von Kollegen, Freunden und Fans veröffentlicht, die ihre Arbeit und ihr Vermächtnis in der deutschen Filmindustrie würdigten. Viele bezeichneten sie als eine der talentiertesten und inspirierendsten Schauspielerinnen ihrer Generation und betonten ihren Einfluss auf die deutsche Kultur. Die Beisetzung von Hannelore Elzner fand im engsten Familienkreis statt. Aber es wurden auch öffentliche Gedenkveranstaltungen und Trauerfeiern organisiert, bei denen Fans und Kollegen die Möglichkeit hatten, sich von ihr zu verabschieden und ihre Leistungen zu würdigen. Hannelore Elzners Leben endete in Tränen und Trauer für ihre Familie, Freunde und Fans auf der ganzen.